Hallo, hier ist Nummer 2. Ich grüße euch. Hallo Samuel, hallo Noah, hallo Konrad und Anna und Ludwig. Heute ist Sonntag und die Kühe machen Musik für uns. Das ist toll. Hört mal. Das ist vielleicht ein Gebimmel und ein Gebammel, sage ich euch, hier auf der Schweizer Alm. Ob da nicht mal die Milch schlecht wird im Euter? Man könnte denken, die Kühe haben alle eine Kirche verschluckt. So viel Bimmelei ist hier. Uns geht es eigentlich prächtig. Mein zweiter Pilgertag ist heute. Heute gehen wir nach Heidenried. Da gibt es eine Pilgerherberge. Da wollen wir schlafen. Das Wetter ist gut. Sonne scheint, ein bisschen Wolken. Uns geht es echt gut. Schaut mal. Da ist Martin. Sein Schatten natürlich. Ja, lieber Noah, wenn du möchtest, dass ich einen anderen Namen bekomme. Bis jetzt hat mir ja Martin den Namen Nummer 2 gegeben. Dann musst du dir sagen, ja? Ich hätte nichts dagegen. So, mit einem letzten Gebimmel. Boah, eine riesige Glocke. Kleine hatten die wohl nicht. So, ihr Lieben, macht's gut.